herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft und außerdem alles gute zum geburtstag sie ist der fox der channel wird ein jahr alt heute vor 365 tagen ist der channel eröffnet wurden und jetzt ein jahr später ist viel passiert und natürlich an dem heutigen tag werden wir natürlich noch als special auch noch mit dem guten fabi ja bad war spielen ja meiner schon vier jahre alt ja deiner schon vier jahre als ich hab mit 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 zehn mit zehn habe ich angefangen ich bin 14 ich habe mit zehn angefangen ja zehn habe ich mit juli angefangen und alle die es noch nicht wussten ja ich bin 14 geworden am 15 dezember also vor zehn tagen sag aber jetzt nicht wie alt ich bin ich bin ich bin älter als du ja ja ich muss in 15 minuten weg ja deswegen jetzt halt noch um wieder aufzunehmen ja jetzt muss man sich auch überlegen jetzt ist schon wieder ein jahr rum vor allem vor allem ich mache ja jetzt nicht schon plus ein jahr ich mache das ja länger ich mache das jetzt seit wie vielen jahren jetzt drei jahren drei jahren ja drei jahren etwa drei jahren du hast du gut in meiner anfangszeit bist du ungefähr also obwohl du machst du machst schon ich weiß nicht wie lange aber ungefähr so lange wie ich also ich meine alte gute alte kanal notfox ist eigentlich das ist eigentlich krass in den kanal den du jetzt hast also miesige fox da war ich dabei wurde wurde und wurde noch flüssig weil er war noch nicht geplant junge ich habe mein live stream noch an stimmt ja also miesige fox war ja nicht geplant ja das war ursprünglich und da wo er noch nicht geplant war dass du mich noch gefragt was für ein namen und da habe ich mir diese fox und dann ja ja war das so du hast du hast mir vier namen gegeben das war eigentlich ein meme ja bei microsoft steht das steht ja immer so ein gelber text ne da steht bei mir steht die john 07 is you ich hab dir ein paar namen geschickt und du hast dann gesagt ich hab ich noch ein paar andere gefragt auch wenn es den scheißegal war auf alle fälle war nicht aber dann auch irgendwie irgendwann habe ich dann mir gedacht ein miesige fox ist ein geiler name ich finde ich hab den dann irgendwie gefeiert aber wie kamst du auf die idee zu denken komme ich nämlich fox not jo fox not keine ahnung habe ich wirklich fox not not so lade mich ein das ist einfach diese fox auf milch bestellt nur dass man dich nicht bestellen kann ja deswegen not fox not not fox war aber auch ein guter kanal not fox ja nur halt dass das da nutfuchs du hattest halt übelst teilweise echt schweiß videos das lag halt ja was aber zu faul um zu cutten in der zeit ja damals habe ich noch nicht so richtig karte bestimmt ein paar aufnahmen gestartet sagt werde ich aber noch so gesehen wie du rausgetappt hast und die aufnahme beendet teilweise hat man auch meinen ganzen desktop gesehen ja das kann ich aus der zeit ist viel passiert ja und jetzt ein jahr später nach beginn bzw wann war denn das das war jetzt bei mir bei mir kommt bei mir kommt mein 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 geburtstagsrede kommt am zwölften august nächstes jahr dieses jahr august ist schon zu ende ach so stimmt wir haben den 25 dezember ja ist mir egal aber das muss man sich auch vorstellen so ein jahr weiß der 365 tage ist jetzt dieser kanal schon oben oben ist er schon tot oben oben aber gut dann haben wir das keine weihnachtsmütze du hast eine doppelte mütze an guck dass er von hinten an wie das aus das sieht übelst komisch aus brauchst du eine russen mütze so eine so eine basse ne was 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 ist das ja ihr kennst diese russen mützen ja ja diese russen mein vater echt geil haben wir das letzte gegner 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 hinter dir hinter dir habe ich gesagt eigentlich wollte ich dich ein bisschen aber das muss man sich das muss man sich mal so vorstellen so ein jahr die sieben vorkseller jubiläum wie sie ich trägt jetzt was zum jubiläum des jubiläums zum jubiläum des einjahrjährigen war hier aber das gehört Aua hast du Aua Aua ich wurde grad getötet A Rip ich habe den getötet Loll. So, Misi. Das lege dir durch. Geil. Was soll ich so vorstellen, heute Mittag ging das so ganz Zeit so. Ja, ich hatte halt Durst. Hat der mir das auch noch gezeigt, so wie das quietscht, weißt du so. Stimmt, ich hatte ja meine Cam an. Wie sie weiß, wie ich aussehe. Ja, aber ich bin auch mit dir schon etwas länger befreundet. Ja. Aua, er tötet mich. Dann werde ich. Töte ich. Oh, rosa Team eliminiert, oh. Wie sie denn in den Kopf flog gerade. Echt? Du kommst ja nicht mehr raus. Nein, lass zu. Okay. Ja, genau. Bitte mach um die Ataque. Geht keine Luft mehr hier drin. Oh, kommt einer. Warte, ich komm raus. Kommt einer? Ja. Ein weißer. So. Ich seh den nicht. Ich bin Blienfisch. Ah, Tien. Bombe. Bombe. Tien. Nein, genau in dem Moment bin ich gestorben. Wow. Ah, scheiße. Wie du doch runtergezählst. Ähm, okay. Das wär's für die Folge gewesen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst natürlich ein Like da. Abonniert. Ich kann zusmal lachen. Digga. Wollt ihr mal meine Tastatur hören? Die sind ganz ohr. Hört man die? Ne. Lass den Like da. Ja, warte, warte, warte. Ah, jetzt. Aha, geil. Abonniert. Aktiviert die Glocke. Keine weitere Videos mehr zu verpassen. Schreibt mir in den Kommentar. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ist es mal Minecraft ausgegangen? Und denkt... Was? Ich brauch den technischen Support. Und denkt dran. Alles Gude. Alles Gude. Miesi der Fox für den Kanal, der jetzt ein Jahr geworden ist. Hoffentlich kommt noch ein nächster Miesi der Fox. Äh, zwei. Ähm. Gut. Haut rein, Leute. Und... Ciao. Ciao.